Ab sofort ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Penthouse-Wohnung liegt in Regensburg-Westenviertel. Die Immobilie wurde 2002 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Penthouse-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 103 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Penthouse-Wohnung beläuft sich auf 1.280 Euro. Dann beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017